Wetten, es ist 6, 7, 3 einfach. So, 7. Und dann versuchen wir doch mal. Hahaha. Das ist nicht euer Ernst, Freunde. Ach du Scheiße, wie viel? Oha, ganz schön viel. Das ist viel. Das hat sich gelohnt. So, und weiter geht's. Da ist irgend so eine Transportschiene. Hier sehe ich gerade nichts. Katakomben. Kammer. Okay, hier sind irgendwie kaum mehr Leute gerade. Es irritiert etwas. Und auch keine Diebesbeute. Wir haben aber mal ein bisschen was liegen lassen. Ich weiß schon. Äh. Okay. Wo kam er her? Was macht er hier? Und warum ist er tot? Na dann. Hindurch. Yes. Einmal eng. Und immer Balken. Ach. Ist das schlimm. Ach. So, Mann. Passage. Katakomben. Oh nö. Nö, 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 nö. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. Och nö. Kommt zu Papi. Da ist übrigens ein Salbpfeil. Wenn ich die allerdings... Ich versuche erstmal hier lang. Vielleicht müssen wir die Viecher ja gar nicht töten. Sondern kommen irgendwie drum rum. Denn die sind schon ganz schön krank. Nein. Ey. Komm. Hä? Was? Och, Mann. Ich die KI von dem... Wenn man Leertaste drückt, man einfach springt und nicht an das Seil. Das ist so ein Witz einfach. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Ja, wow. Kennen wir schon. So, jetzt hat aber... Abressiv. Das ist doch... Wirklich? Ey, nee. Was ist das denn, ey? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nochmal. Wir haben ein Seil. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhören. Danke. Oh. Hi. Jemand da? Nee? Okay, dann, äh, mach ich das mal auf, würde ich sagen. Wir haben langkeitsschloss mal geknackt, fällt mir gerade auf. Hier gibt's nämlich kaum noch Schlösser, weil... Ist ja jetzt alles so Endgame und so. Wow, voll der Geheimraum. Oh. Hier kann man irgendwas... durchschneiden. Ah, ich hab das Gefühl, die Dingens hier war gesichert. Die Kiste war gesichert. Oh. Schick. Schick. Sammlerstück. Sieh an, was haben wir denn da? Die Windungen des Todes. Bronze, Kopf, Arm, Reif. Oh. Sehr edel. So, und wieder zu. Ja. Äh, 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 was? Ach so, ja, das sind ja, ähm, ja, die Hände, die mir angezeigt werden. So, und zu. Mach zu, die Tür. So, Gott sei Dank, ey, wäre ich jetzt wieder... Ich wäre so ausgeflippt. Aber an dem Seil kann ich nicht schießen, ne? Scheiße. Alter. Die Dinger hier sind gerade direkt neben mir. Ah. Tschüss. Okay, und wo war jetzt? Da ist doch noch schon so ein blöder Gashahn hier. Geht das? Hö, lass mich! Nein! Puh. Boah, einfach mal so viele Feuerpfeile gerade verschwendet, ey. Ich dachte, das wäre ein Gashahn. Och Gott, Idiot. Ah, super. Von hier aus kriege ich den auch nicht mehr runtergeschossen, ne? Der entdeckt mich doch, wenn ich da vorbeilaufe. Ist doch scheiße. Ah, Mann. Naja, egal. Dann habe ich halt das eine Level. Hier mal. Ah, okay. Ich kann mich also hier auch vor ihm schützen. Das ist sehr schön. Na dann. Auf mit dem Tor. So. Warum auch immer du das nur halb aufmachst, Garrett? Oh-oh. Oh-oh. Was auch immer jetzt folgt. Es wird nicht schön. Huuu. Oh Junge. Komme ich da nicht irgendwie rüber? Hm. Gehe ich halt so. Ist mir auch egal. Willst du mich verarschen? Puh. Ja, ernsthaft jetzt? Du Miststück. Komm mal raus. Komm schon, schnell. Ist jetzt zu? Ich weiß es nicht. So. Puh. So, hier gibt es noch was zum Klauen. Und dann gibt es hier eine Tür. Hinter dieser Tür ist niemand. Hier ist nichts hinter dieser Tür. Ach doch, eine Leiter. Na super. Oh nein. Oh nein. Dieser Spiel macht mich krank. Eisen rostet. Maschinen versagen. Nur die Götzen überdauern alles. Huuu. Willst. Hat sich da gerade was bewegt? Hinter dem Tor. Sicher diese verfluchten Kreaturen. So weit oben habe ich sie noch nie gesehen. Bis jetzt sehst du, Orion. Könnte vielleicht sogar sie... Was? Für die gibt es keine Rettung mehr. Du hast gesehen, das Tor hält. Puh. Okay, so geht es auch. Ich dachte gerade, ich müsste die erst ausknipsen. Aber ich fürchte, ich werde gleich noch mit denen zusammenstoßen. Nämlich hier. Okay. Aber diese Dinger hatten die weißen Schuhen. Nächsten kam sehr. Hier ist nichts. Ah, du Mistding. Der Baron hatte seine Zeit. Jetzt ist die Zeit der Götzen der Dämmerung. Äh, ist der gerade... Tod? Tod? Ähm... Ja, genau. So. Achso. Das ist nur ein Versteckschrank. Auch gut. So. So. Oh nö. Ich suche aber natürlich erst noch alles ab. Hier ist aber nichts mehr. Das ist toll. Dass man auch ja immer schnell dem Weg folgen muss. Mano. Nein, ich will dem Weg aber nicht folgen. Okay. Okay. Dann öffnen wir mal das Tor. Oh oh. Wir sind jetzt im Innersten des Innersten des Innersten. Habe ich langsam das Gefühl. Ja. Sind wir. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier. Das spüre ich. Oh nö. Komm schon. Komm schon. Ich will hier einfach nur leben durch. Warum tust du das, Gerrit? Oh nö. Im Gegensatz zu dir habe ich eine heilige Bestimmung. Wo stehst du? Da ist er. Ich hab ihn. Und tschüss. So leicht falle ich nicht. Und tschüss. Komm schon. Einmal nach dem Mal. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Einer nach dem anderen. Ist genug für alle da. Hast du keinen Glauben, Feigling? Wie der mich einfach nicht sieht. Oh, jetzt sieht er mich. Der ist zu einfach. Den muss ich nicht anderweitig erledigen. So. Alter, voll erst mal Sucker hier angerichtet. Das war so nicht geplant. Allerdings mit nur einem Pfeil, glaube ich, geht es einfach schlichtweg nicht anders. Oh nö, wir sind auch welche. Oh. Wart. Äh, fünf. Hallo. Hallo. Alter. Das war kranker Scheiße. So. Vögel. Ihr seid auch noch tot. Eins. Zwei. So. Sonst gibt es hier recht nicht wenig. Nur ein paar Sälchen zum Hochklettern. Naja. Wo ist so wenig? Ich schieße jetzt mal das da runter. So. Dann nehme ich einen Salbpfeil. Befestige ihn hier. Und komme nicht ran. Das bedeutet, ich... Bewege mich... Hier irgendwo hoch. Ähm. Ähm. Ach, hier. Ach, hier. Ja. Äh, nö. Doch nicht. Okay. Äh. Hier geht's hoch. Oh Gott, immer diese Kletteraktion. Ähm. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Ach, Mohn. Ach, ne. Sieh an, was haben wir denn da? Äh, Erinnerung an einen Geist. Geil. So. Und dann geht's hier hoch. Zack, die. Höh. Die Rotunde. Oh, nö. Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Ach so. Na, das, das versteht sich ja von selbst. Klar. Alle nehmen sich so voll die geilen Pläne vor. Also, er nimmt sich normalerweise noch voll die geilen Pläne vor. Und jetzt einfach rein. Und improvisieren. Läuft bei dir, Garrett. So, wir haben auch schon wieder tausend Gold zusammen. Ich hoffe, damit können wir unsere Ausgaben für die ganzen Pfeile irgendwie decken. Aber, wie ich hier weiterkommen soll, weiß ich noch nicht so ganz. Ach, doch. Weiß ich. Nicht. Ach, doch. Weiß ich. Okay. Ihm, komm schon. Oh. Und ich fürchte, es geht zu Ende. Heute zeigen wir, Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befallen. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste. Was? 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 Was ist denn jetzt los? Wir sind hier wieder in so einer Traumwelt, die mir Angst macht. Oh nö. Oh nö. Was? Haben wir gerade die Zeit angehalten? Ist das nicht? Ich. 枚. Wie. Was?